Und ja, ich bin hier schon beim 11 zu 11. Richtig scheiße. Selbst in meiner offiziellen KD habe ich eine Einser-Quote. Das war mega Glück. Die anderen tausend Male, wo ich das probiert habe, ist es die ganze Zeit viel geschlagen. Oh Digger. Was fällt dem ein? Was denn Gottes Namen, Mann? Ihr Spawntrapt und ein Uhrensöhne. Ein kleiner, unbedeutender Ausraster. Und wenn das so weitergeht, mache ich dieses Spiel kaputt. So einfach ist das. Ihr könnt meine Bekannten fragen, Mann. Ich versende die Videos, wo ich meinen verfickten Controller zertrete. Unter anderem könnt ihr auch Tim fragen, wenn ihr wollt. Ja, komm, Mann. Fick dich ins Knie. Wie ich diese Psychose hasse, Mann. Größter Scheißdreck. Ist gar kein Mann-zu-Mann-Kampf, Alter. Oh, 0,8, Mann. Oh, 0,8, Mann. Oh, Digger. Wieso ducke ich mich? Bin ich behindert? Ich hab' meinen Kinn versaut. Was ist mit mir noch los? Oh, Mann. Ich schwöre es mal, diese dummen, dummen, verfickten Uhrensöhne alle, die können nur campen mehr, ohne Scheiß. Nur campen mal da. Schon wieder ne Einserquote. Sag mal. Ich sag's euch. Ich hab ne genaue Einserquote. Fresse. Au mal Scheiße, Mann. Diese Bitch will keine Scheiße fressen. Ja, aber ist halt Genoskop, diese Bitch. Sie sind am Gewinn. Sie sind am Verlieren. Digger! Oh mein Gott. Oh, Mann, das ist knapp, Alter. Oh, Junge. Und wir haben trotzdem verloren. Mann, ist diese Tarnung vielleicht hässlich. Einser. Naja, wenn man aufrundet, krieg ich nur einen Zehner. Ach, ein Bayern-Fan. Dortmund an die Macht. Guckt doch mal, wir waren zu viert. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich hab zehn Kills mehr, wieder eine. Ich hab keine Ahnung, wann dieses Video endet. Ähm, macht euch auf den, den das Ende gefasst. Das kann nur acht Minuten oder so aufnehmen, wenn ich die Taste gedrückt hab. Ja. Guckt aber, wie jeder jetzt eine TLC-Map will. Habt ihr euch eigentlich schon den Season Pass gegönnt? Würde ich mal gerne eure Meinung dazu wissen. Edelstein. Ich mag die Tarnung, sieht besser aus wie die. Aber guckt doch mal, es sind die selben Symbole, nur umlackiert. Und anderes Material. Das ist genial. Splash, yay! Die einzige DLC-Runde, die ich schon hatte und die auch noch zum zweiten Mal. Klasse. Aber ich muss sagen, ich mag die Runde. Geht eigentlich. 50-50. 50-50. 1,0er Quote. Ist erreichbar. Überall sind Reiniger drin. Im anderen Team sind nur Ripper drin. Im einen Team sind nur Arschficker drin. Im einen Team das. Im einen Team das. Im einen Team das. Oh, Leute. Entschuldigung, ich bin heute etwas angespannt. Ich hab nur einen harten Arbeitstag. Ich würde gerne mal wissen, wieso... Also das ist jetzt nur so eine Feststellung. Wenn ich ein Video hochlade mit denselben Tags, wie Tim es macht, dann bekomme ich weniger Klicks wie Tim. Wieso? Das will ich verstehen. Was ist das für eine Logik? Oh, ich hab nicht gewechselt. Wieso? Was zum Geier? Was ist das für ein Video? Was ist das für ein Video? Bedrohung beseitigt. Wieso hat er das Messer in der Hand gehabt? Junge Ich wusste es man Es ist immer so Ich schwöre es man Wie kann man nur so derartig Den Aimbot missbrauchen Die machen die ganze Zeit so Und schießen währenddessen Was soll die Scheiße Ja komm mal Schneid mir seinen hässlichen Schwanz ab Dieser Potzo Ich mache jetzt mal einen Kamikaze Versuch Die ging aber schneller hoch Als ich dachte Wie hier die T-Mates Schon auf sich Sich gegenseitig umbringen Merkenswert Der Mensch ist ein interessantes Lebenwesen Gebt ihr diesen Pisser Alter habt ihr das gesehen Hat ein Overkill drin oder was Wenn nicht würde ich sagen Zufälligerweise die gleiche Tarnung Es ist eine kleine Cheetahfratze Aber ihr merkt es schon Ich bin mit einer MP schlechter Weil ich die einfach nicht gewohnt bin Wer meinen Pumpgun Powerplay geschaut hat Der weiß ja was Was mit einer Schraubflinte läuft Ich muss mein Messer raus machen Ich meine ich liebe es Wegen diesen Tricks und so Aber ich brauche echt einen Snackern Der Da hier die Muni zu schnell weg ist Oh Liga Alte Seite Guckt euch das an Komisch oder Ich sehe den nicht Aber er sieht mich Also ich habe ihn nicht gesehen Außer der letzten Millisekunde Und ich meine Millisekunde 0,45 Ich würde jetzt am liebsten schreien Leute Aber ich habe da jetzt keine Lust drauf Achtung feindliche Drohne näher ziehen Ich weiß nicht mehr Aber ich habe mir das Ich habe ihn nicht mit ihm Oder ich habe ihn nicht mit ihm Aber ich habe ihn nicht mit ihm Ich habe ihn nicht mehr Und das geht mir mit ihm Ohne Näher ziehen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 brauche ich zu campern was zu sagen ich denke nicht ihr niveau spricht für sich mann verpiss dich ey das kannst du dir nicht geben alter scheiß drauf weil ich quitte